Und hier haben wir von Ewald Schillig für Mondo. Tolle Marke, ne? Das Modell Lavera in Cappuccino-Farbenem Leder. Da sehen Sie die Kaffeeflecken nicht so sehr. Pflegeleicht. Rückenkissen abnehmbar. Können wir uns dann wesentlich besser breit machen, ne? So, unten haben wir dann Platz für den Putzroboter. Für zwei Sofas. Heißer Preis kriegen Sie sonst eins. Kaufen. Wenn der Platz fehlt, stellen Sie das zweite einfach hochkant. Jetzt.